Bonjour! Joyeux Anniversaire! Joyeux Anniversaire! Joyeux Anniversaire! Bestimmt hast du schon erraten, worum es heute geht. Ma fête d'Anniversaire, meine Geburtstagsfeier. Jedes Jahr kommt der große Tag und der muss natürlich auch richtig gefeiert werden. Aber was brauchst du für eine coole Geburtstagsfeier? De Kado Angato Avec de Bougie La Fe... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com ART s ART 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 Untertitelung des ZDF, 2020